Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Oder um mit der Sprache von Freerunning-Schlappen zu sprechen. Moin oder wat, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das muss ich mal adaptieren auf meinem Kanal. Die Ruhrpott-Jungs, geil. Gucke ich gerade sehr gerne auf YouTube, off-topic. Worum soll es heute gehen? Wir gucken uns mal wieder ein Produkt zusammen an. Die Firma Freewell hat mir ein Kartenlesegerät zukommen lassen. Ein Card-Reader, den Stand jetzt, wo ich drehe, ist ja, glaube ich, noch nicht veröffentlicht worden. Aber alle Infos blende ich jetzt hier an dieser Stelle gleich ein, wenn ich sie habe. Es wird drei Varianten geben. Den Pro-Reader, den habe ich jetzt hier. Den Duo-Reader. Und ja, die unterscheiden sich im Preis. Ich glaube, der Preis, glaube ich, normalerweise 140 Dollar. Wird aber zum Release, glaube ich, für 99 rausgehauen, soweit meine Vorab-Infos. Und die kleine Variante, zu der ich jetzt nichts sagen kann, die wird 40 Dollar kosten. Dieser hier, der kann CompactFlash Express, der kann SD und der kann TF. Bei CompactFlash Express, Typ A, Typ B. A musste ich wirklich googeln, dann ist es wohl eine kompaktere Variante, die nicht die gleichen Geschwindigkeiten erzielt. Und B ist die, die ich jetzt so kenne, die baudleich ist, zumindest vom Korpus, wie eine XQD-Karte. SD ist euch bekannt und TF-Karte kannte ich auch nicht. Könnte mal sein, dass internationale andere Typenbezeichnungen sind. TF ist nichts anderes als eine Micro-SD-Karte. Ihr seht, es ist noch original verschweißt, deswegen, was machen wir jetzt richtig? Das beliebte Anboxen. So, jetzt haben wir das gute Stück angeboxt. Und es sind drei Sachen drin, neben der Anleitung, die sogar ein bisschen größer ist, als man das normalerweise gewohnt ist. Einmal das Hauptstück, der Kartenleser. Sagen wir mal meine Hand daneben, so als Referenzgröße. Ne, muss ich so machen, sonst seht ihr gar nichts, ne? Ist auch egal. Ich glaube, ihr habt einen Eindruck, wie groß das Ding ist. Dann einen Adapter von USB-C auf USB-A, wenn euer Rechner jetzt noch keine Schnittstelle für USB-C hat. Und ein kleiner Karabiner, was möglicherweise Transport erleichtern soll, weil hier oben ist eine kleine Buchse dran. Gucken wir uns jetzt mal eben an. Ja, da ist es für drin. Kann man sich vielleicht draußen an den Rucksack dran bimseln oder so. Fraglich ist natürlich jetzt wieder, was machen wir, wenn es regnet? Oder soll man vielleicht interne, interne Sicherung? Naja, ist vielleicht ein ganz nettes Gimmick, aber muss man halt aufpassen, wenn man den von außen dran macht und irgendwie beim Transport an Regen kommt. In den Regen kommt. Ich habe mich jetzt gerade zurecht gefragt, Freewell, das ist ja schön und gut, hat ja alles so was dabei packt. Aber USB-C-Kabel wäre ja ganz geil, ne? Weil, ihr wisst ja selber, es gibt mittlerweile verschiedene Standards, was so die Datenmenge und Datenübertragung angeht. Deswegen dachte ich, da wäre ja schon gut, wenn ein Kabel beiliegt, was maximalen Output liefert. Ja, aber es ist, und das finde ich schon ein Pluspunkt, das ist intern verbaut. Aber mal der Reihe nach. Das Gehäuse, das ist aus Metall. Das finde ich schon geil. Ein kleiner Schriftzug drin, aber macht halt einen sehr, sehr robusten Eindruck. Wenn ich das auch mal so hinfallen lasse, glaube ich, dass durch dieses Metallding da einiges, ja, ist halt einfach robuster als Plastik. Wenn ich das öffnen möchte, sind hier oben zwei Knöpfe, die muss ich drücken, also man kann das Innenleben nicht einfach unbeabsichtigt freilegen. Also auch nur, wenn man auf einer Seite drückt, geht das nicht. Ich muss wirklich beide Seiten drücken. Erst dann habe ich eine Schublade. Also dieses Metallgehäuse darf man getrost als Schutz bezeichnen. So, fangen wir mal direkt an. Ich habe ja gerade gesagt, USB-C-Kabel wäre schön, wenn es dabei ist. Ja, ist es. Es ist hier drin verbaut und jetzt ziehe ich es mal raus. Zack. Also eigentlich sehr, sehr cool, weil, ich sage mal, bei meinen normalen Kartenlesegeräten, bei meinen bisherigen Kartenlesegeräten, ich zeige euch das mal eben. Hier ist zum Beispiel ein XQD-Kartenlesegerät, es hat Kabel draußen und nicht, wenn ich es hier auf dem Schreibtisch installiert habe, aber spätestens dann, wenn ich es transportiere, schiebt man das in irgendeine Tasche. Und naja, ihr wisst ja, so Kabel, die da irgendwo aus Gehäuse-Dingern rauskommen, könnte schon eine Sollbruchstelle sein irgendwann. Hier haben wir gar kein Problem damit im Transport. Das Kabel ist geschützt, weil es einfach, ja, es gibt einen Platz, der vorgesehen ist. Also, das gefällt mir schon ganz gut. Ich würde mal sagen, dieses Kartenlesegerät, der Name, der wird dem gar nicht gerecht, weil es erfüllt eigentlich zwei Funktionen. Das heißt, wir haben zum einen die Option, Dinge auszulesen, was der Name schon sagt, Kartenlesegerät. Da haben wir hier an der Seite die verschiedenen Slots, um die Karten reinzupacken. Hier unten, das ist XQD Typ B, würde ich jetzt einfach mal von der Größe sagen und zack, da ist er drin, rastet auch ein, wie man das kennt. Steht aber auch drauf, welcher Slot wofür ist. Hier oben haben wir SD-Slots. Zack, rastet auch ein. XQD soll es ja nicht können, passt natürlich rein. Werde ich gleich einfach mal probieren, was passiert. Dann haben wir hier MicroSD, die hatte ich doch auch gerade eine hier und da bin ich mal gespannt, ob es irgendeine Lösung gibt, wie ich die wieder rausgepringelt kriege. Weil das ist ja immer so ein bisschen schwieriger. Aha, ein leises Klicken und es geht raus. Sehr schön. So, Hauptfunktion Kartenlesung. Check. Aber ich habe ja gerade verraten, dass Freewill da noch was anderes anbietet oder dass das eigentlich mehrere Funktionen in einem haben. Und schaut mal auf der anderen Seite. Hier haben wir die Möglichkeit, behaupte ich jetzt einfach mal, Karten auf dem Urlaub, auf einer Reise einfach zu transportieren. Denn die Fächer sind alle beschrieben. Das größte Fach, behaupte ich mal, ist wieder Kompaktfisch Express, beziehungsweise XQD könnte ich auch transportieren. Reingeschoben. Und wieder raus, kein Problem. Wird so gelöst, dass hier oben so kleine Haken sind. Ich will nicht sagen, wiederhaken. Es wird ja so vorsichtig drunter geklemmt. Man kann aber auch nur von einer Seite einführen. Ist wie so eine kleine Rampe draufgebaut. Von der anderen Seite ist es verjüngt. Da geht es nicht. Also eigentlich selbsterklärend, wie es reingeht. Zack. Gucken wir, ob ich die von beiden Seiten... Ne, es geht auch nur quasi mit der zu schützenden Schnittstelle in eine Richtung. So. Dann habe ich daneben, ich würde mal ganz frech behaupten, das ist SD. Zack. Drin. Aber auf der anderen Seite geht es weiter. Also ihr seht, ich habe jetzt nochmal eine Micro SD reingeschoben. Haben wir sechs Plätze. Dann ist hier eine SD, da eine SD. Und auf der anderen Seite eine SD. Also ich kann drei SD-Karten transportieren. Wie gesagt, hier bleibt offen. Eine Kompakt-Fisch-Express kann ich transportieren. Und dann sind hier nochmal Slots auch eigentlich eine ganz pfiffige Idee für Nano-SIM-Karten. Falls man, weiß ich nicht, mal im Ausland vielleicht mehrere SIM-Karten mitnimmt. Die Biester sind ja auch wirklich echt klein. Und jetzt überlege ich mal Folgendes. Wenn ich jetzt sage, ich bin wieder super vorbereitet mit meinen ganzen Karten, ich möchte jetzt noch mehr transportieren. Gerade von den großen. Davon habe ich ja jetzt ja nicht so viele Plätze. Ich stecke die jetzt mal wirklich in den Laser rein. Nein. Also das geht nicht. Ihr könnt wirklich nur transportieren, geschützt transportieren die Karten an den vorgesehenen Stellen. In den, also eingeklinkt zum Auslesen. Dann geht zumindest, was SD, also was XQD angeht, beziehungsweise Compact-Fisch-Express 2. Und das ist da, wo ich sage, wenn ich da zwei habe, wäre das hier ganz cool. Da habe ich jetzt keine Option. Micro-ST würde gehen. Hier liegt noch, auch wie in der Produktbeschreibung geschrieben, so ein Pin, um SD-Karten auszuwerfen. Auszuwerfen, nicht SD-Karten auszuwerfen, sondern Nano-SIM-Karten auszuwerfen. Hier ist auch eine kleine Öffnung. Da ich jetzt keine Nano-SIM zur Verfügung habe, kann ich euch jetzt nicht sagen, was ich damit machen kann oder machen soll. Ich schaue jetzt noch mal in die Anleitung rein und vielleicht wird mir da erklärt, was ich mit diesem kleinen Pinörig, ihr wisst, was ich meine, machen kann bzw. machen soll. Also, wie vermutet, das ganze Ding heißt Auswurfstift und falls ihr Nano-SIM-Karten transportiert, soll das helfen, die aus diesem kleinen Fach auszuwerfen. Ja, das glaube ich jetzt einfach mal so. Ganz wichtig, was ich nie mache, wenn man ein USB-Laufwerk am Rechner hat, soll man ja auch immer auswerfen lassen. Ich mache das nie, ne? Sollte ich vielleicht mal mit anfangen. Stand nämlich in der Beschreibung auch nochmal explizit drin. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir einfach mal, ob das Ding funktioniert. Und mich interessiert natürlich auch nochmal Folgendes. Was ist denn, wenn ich mehrere Karten parallel hier drin habe? Da vielleicht nochmal eine Sache, die mir jetzt auffällt. Also, wir haben ja hier quasi zwei Etagen. Mal, ich würde mal sagen, die obere Etage für die XQDB und dann die untere Etage für SD. Die Schrift muss immer nach außen zeigen. Also, in der unteren Etage zeichnen, ihr seht das, was ich meine, ne? Würden die jetzt nach unten zeigen, die Oberseite der Karten. Und an der oberen Seite, wenn ich die so definieren will, zeich dann die Schrift nach oben. Weiß ich nicht, immer nach oben. Hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Aber das ist jetzt ein ganz persönlicher Geschmack, was sicherlich die Funktionalität von dem Ding hier nicht schmälert. So, jetzt packe ich das Ganze doch mal mit dem Adapter an einen USB3-Port an meinem Rechner. Und dann schauen wir mal. So, Fotofreunde, wir sind jetzt hier auf meinem Rechner. Und ihr seht, ich habe hier drei Karten reingemacht. Und drei Karten tauchen hier auch auf. Und zwar die Kompaktflash Express Typ B, die MicroSD und die SD-Karte. Und ich kann die Verzeichnisse auch öffnen. Das heißt, ich habe Zugriff auf alle drei. Und was mich jetzt mal interessiert ist, kann ich, nehmen wir mal dieses Bild hier, kann ich, also kann ich es auf, ihr wisst, was ich meine, Wortfindung, Schwörungen, kleine Probleme hier, Worte zu finden, kann ich von einem Laufwerk aufs andere kopieren. Und das wäre natürlich mal eine geile Nummer. Ich suche jetzt mal hier die SD-Karte raus. Ja, also ein Gerät und ich kann intern hin und her kopieren, was ich äußerst praktisch finde. Ich spare mir jetzt einfach mal an dieser Stelle, Fotofreunde, das Gerät wird hier auch genannt ASM2364, auswerfen. Und zack. Ihr habt gesehen. So, jetzt habe ich es ausgeworfen und entkabel das Ganze jetzt nochmal. Zack. Und da ist das gute Stück. Ich spare mir jetzt mal bewusst, Geschwindigkeiten zu testen, weil das ist ja eine Wissenschaft für sich, habe ich mir sagen lassen. Stellen wir mal eben wieder den Urszustand her. Was noch schön gewesen wäre. Ne, komm, wir machen das andersrum. Wir bauen den jetzt erstmal hier wieder zusammen. Zack. Da ist er. Der kommt mit auf die nächste Reise. Das ist jetzt schon klar. Habe ich gerade beschlossen. Weil, und jetzt kommen wir mal zum Fazit von dem Produkt. Ich mag das. Ich finde das eine gute Idee, was Freewell da gebaut hat. Die Pros. Metall finde ich gut. Robust. Zweite Pro. Doppelte Funktion. Kartenlesegerät und gleichzeitig auch noch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für heute Karten. Es funktioniert. Ich kann innerhalb, also eigentlich ist es drei Geräte im einen, ich kann innerhalb von Karte A auf Karte B schreiben und nicht nur in den Rechner rein importieren. Also dritter Pro Punkt, dass man auch noch von einer Karte auf die andere schreiben kann innerhalb von diesem Gerät. Gibt es Kritikpunkte für mich? Ja, der normale Preis 139, den sehe ich jetzt nicht. Das müsste zweistellig sein. Dann passt das für mich. Weil ihr kriegt immerhin für meine Anwendung drei Kartenlesegeräte in einem. Für Menschen, die den Kompaktflash Art-Type bemühen, sogar vier. Plus eine Aufbewahrungsmöglichkeit und nochmal diese coole Idee, dass er wirklich auch Mikro-SIM-Karten oder Nano-SIM-Karten da reinzukriegen. Wie gesagt, die sind ja mal schnell verloren. Ein Negativpunkt muss ich an dieser Stelle noch leider nachschieben. Bei intensivster Benutzung über zwei Wochen mit vielen Datenmengen ist besonders die Kompaktflash Express Typ B Karte so heiß geworden, dass da hätte es ein Spielei drauf braten sollen, dass man die rausholt und erstmal wegfallen lässt, weil die richtig heiß geworden ist. Das habe ich bei meinen anderen Lesegeräten, die nur für einen Typus da sind, so nicht erlebt. Auch eine Micro-SD wurde relativ heiß oder warm. Heiß ist da übertrieben. Was an dem normalen Lesegerät so auch nicht passiert. Die Karten funktionieren ohne Probleme. Dennoch sollte man sich aber darüber im Klaren sein, dass die Dinger sich schon ordentlich erwärmen. Warum das so ist, das wird Freewell selber wissen. Dann noch die Einführbarkeit. Also ich hätte die Ausrichtung immer nach oben gemacht, aber das ist jetzt wirklich jammern auf allerhöchstem Niveau. Und ich hätte Kompaktflash Express A nicht gebraucht. Da haben wir dann vielleicht den Platz gespart und noch eine weitere SD-Karte. Aber es mag Bereiche auf der Welt geben, vielleicht dieser Kartentyp viel mehr benutzt wird, als wir den hier benutzen. Deswegen, das soll ja weltweit verkauft werden, das ist jetzt auch wieder nur eigentlich keine wirkliche Kritik. Den Platz, den man sich vielleicht durch die eine oder andere Karte hätte sparen können, hätte ich mir gewünscht, dass der Adapter noch irgendwie hier drin Platz gefunden hätte. Weil so ein Ding, das verlädt man schnell. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Viele Laptops, gerade wenn man unterwegs ist, haben noch keine USB-C-Schnittstelle. Ja, und wenn dann der Adapter weg ist, das wäre halt schön. Ich glaube mal, das wäre bestimmt technisch möglich gewesen, das hier irgendwie noch dran zu verbauen. Ist aber auch, glaube ich, ein kleiner Kritikpunkt. Praktisch, robust und zum Mitnehmen. Ich packe euch die Links dazu unten in die Beschreibung rein. In diesem Sinne, kurzes, knackiges Review. Tolles Produkt, tolle Idee. Tschüss.